Und zurück zu Just Die Already. Wir, ja, wir haben es geschafft. Wir haben den magischen Super Burger, der was weiß ich was kann. Und wir haben... Angel. Ja, ich weiß. Ah, da war der Halle schon wieder. Der Typ hat einen Kieke auf mich. Nein, 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 nein. Ich kann nicht... Er lässt mich nicht springen. Genau. Oh mein Gott. Ich mache dich fett. Oh. Ah, ah. Nein, Burger. Kann ich hier angeln? Ja, dann... ...kenn ich den Burger. Ja, dann... Fick dich. Jetzt haben wir einen Jungen. Abra, Kadabra. Fett, oh, los. Was war das Ding überhaupt? Vielleicht nicht damit dünn machen. Was macht das Ding? Oh, Cannabis. Oh, ich bin... Was macht dieser Burger? Ich verstehe es nicht. Oh, mach mal auf. Oh, weh. Was macht dieser Burger? Oh, weh. Ich durfte die nicht anpinkeln. Bruder, Schlaganfall. Äh, ja. Was ist das eigentlich hier für Schächte? Ist das so ein Regenerierschacht? Hä? Hä? Ah, krieg deine Windel. Oder mein Körper zurück. Fisch. Jetzt sei auf die Fresse. Komm her. Du Hurensohn. Nenn das. Nenn das. Was? Das ist ja nicht Hit. Das waren 70 Meter. So wie ich blute. Weißt du was? Weißt du was? Nimm doch meine Hand. Wird er mich denn gerade nach oben geschossen? Das war ein Hamburger. Das war ein Hamburger. Das schicke ich auch nochmal an. Ich bin fett geworden. Ach, weil ich so viel gegessen hab. Er mag keinen Hamburger. Haben die noch irgendwas Gutes? Cheater, Cheater, Cheater. Zack. Ah. Ah. Oh. Eine in die Fresse. Junge, was ist das? Da spielen wir eigentlich sowas von im Stream spielen. Ich lebe. Noch. Nee. Ihr seid schon tot. Und ich noch nie. Ich brauche einen Goldschlüssel dafür. Also einen Schlüssel an sich nur. Aber. Olle. Olle. Ich habe aber einfach eine Railgun mit Blut. Ja, der Sound. Man schafft es aber noch gerade so mit letzter Kraft dahin. Wer braucht denn eine Penny? Oh. Ja, ich will. Oh, Davy. Lass mich hier wieder reingehen. Strom! Altersvorsorge, sage ich immer so schön. Warum habe ich eine Beeren verlimpst? Na egal, kochen. Das sieht nicht gesund aus. Das sieht nicht gesund aus. Ich habe etwas kaputt gemacht. Ja, bin ich weg. ich schreibe dich ja ich habe es erwischt eigentlich was zählt nicht will ich oh leu hier ist sogar ein dingsticket weiter hack to number nine und hier ist was muss ich irgendwie rein ja werden falle die ultimative grab hand kann ich wieder mal nach oben also weit es geht perfekt danke mich ist gut getrunken ist geflogen oder so was sind das gerade so viel zu entdecken für so ein mittlerweile sechs euro spiel schon recht krass los ball ich leide da so hoch dort damit hoch hoppala wieder ausgelütschelt kam aufwächst bier ist gut fürs alter wo ist noch ein ventilator da gibt es gar nicht naja dann hier lang hier lang und hier der ultimative feuerwerkskörper i guess ohne bazooka keine ahnung einzuweiten ja flieg das ist auch wieder das ist meine waffe die man braucht ab zu den raudis meine waffe ja fikt euch nicht 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 sondern nicht 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 von ganz vorhin hat sich ausgekugelt mit how to anti pacman geschafft lol okay mission über die straße jetzt 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 die sind noch schneller ja 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 drauf nein die ist abgeschlossen wo ist der schlüssel der schlüssel wo ist der schlüssel wo ist der schlüssel hä ich will schlüssel dann ist mir kein egal wo ist der schlüssel der schlüssel ist bei diesen hot dog stand am ende und ja das war so ein schon das war okay aber hä wo ist der schlüssel wir brauchen den schlüssel ob sich von der seite geht das nicht so welchen spielen geht das immer die nur fit sondern auch an sich Kann man doch schon als Glitch zählen. Ich glaube, es ist nicht gewollt, dass man da so hoch kann. Fuck. Nein, du sollst auf die Kiste. Ja, wie soll ich hier zu eröffnen? Gucken wir mal auf der Seite. Der Schlüssel muss doch hier in der Nähe irgendwo sein, oder? Was soll ich hier? Was soll ich hier in der Nähe kommen? Was soll ich hier? Das ist wirklich nicht schön. Was soll ich hier sein? Das ist das, was soll ich da sein. also wie wer bist du und wie hast du mich gefunden bestimmt hat mein nichtsnutziger bruder steve verraten wo ich mich verstecke ja schon immer sauer dass mein kalmar knarre meine kalmar knarre beim schulfest gewonnen hat und immer noch meine kalmar werden sie ihm zeigen wusstest du das dass er sich im park versteckt und dann schwerkraft basierenden waffen arbeitet ja nicht jeder kann es schaffen ja 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 Was ist das? in je back 8 40 sogar wieder auf nice hoch hinaus Fuck, ich komme hier nicht mehr raus. Das ist aber eine große Welt. Ach, vielleicht muss ich hier da drauf. So. Nein, die knarrellt nicht. Oh, ich sag. Ja, ich dachte jetzt vielleicht auf den Kamar raus und dann das da rausziehen, aber... Oder kann ich dich da irgendwie frei ballern? Nein. Was ist das? Krieg ich den da irgendwie weg? Nee Egal, ich würde sagen, wir gucken mal auf die Dingsliste Isst oder trinket was? Nice Elektrisieren, hol dir einen Elektroschock ab Verliere irgendwie einer deiner Gliedmaßen Okay, da geht's zum letzten hin Verleiben auf 70 Meter, habe ich Springen unter 30 Sekunden 50 Mal auf Trampoline Das heißt, das Gefühl, dass ich Einer Sekunde zweimal auf den Trampolin springen müsste Also ungefähr Flammenwerfer Stecke verschiedene Dinge in Brand Bisher habe ich ja nur Milch in Brand gesetzt Öffne Kisten, ja, abholen Abgeschlossen Äh, oh, das wollte ich nicht Setz seinen Tintenverschut auf Finde alle Nackten Hä? Flitzer Haben wir einen Nackten gefunden? Wiss ich gar nicht Vielleicht auf Toilette oder so oder Aha, nee, die in der Umkleide Zerstöre diverse Objekte Hab ich Benutze Sprengstoff, ja 100 Mal, ja Bisschen viel Aber naja, natürlich will man, dass die Spieler auch das Spiel spielen Setze 5 Endnisse auf einmal unter Strom Lass deinen Unterkörper von einem Rauschmesser trennen Lass du dich in einem Eisblock einfrieren Zieh 7 verschiedene Mützen oder Hüte auf Mach dich nackt Was? Schließe Unterkörper unter Fangen ab Sprich vom höchsten Gebäude im Stadtzentrum Krache durch das Gitter unten Okay Mir fehlt eigentlich immer noch hier Fischen Aber das krieg ich irgendwie nicht geschissen Dafür mich zu blöd Ich muss Körperteile abtrennen Da soll es reichen Ich muss ja die nur weg haben, oder? Hä? Ja, technically sind die weg Ich bin ein Objekt Wie cutte ich denn perfekt Gliedmaßen von mir ab? Oh, Stadtzentrum, oder? Oh, jetzt wird irgendwo reingestolpert noch Der Eckdach Zen-Garten Oh mein Gott Jungs, beruhigt euch Hoppada Lass ich's trennen Ver Kasim Oh Ich verstehe Eine Kettensäge! Was ist das für ein komischer Ort? Ich wäre wirklich in China gelandet. Die wollen direkt meine Organe haben. Freig. Oh, Gewehr. Ernst! Headshot! Tschüss! Das ist auch noch eine Mülltonne. Ich gucke mal die Dings an. Geh lang in den Zen, Dings. Ja, Gongmeister. Klaue ein Zen-Gärtner den Hut. Bringe ein Opa am Blutalter da. Öffne ich den Geheimgang zum Zen-Dojo. Nehme ich den. Neh, lass mich in Ruhe. Sobald ich so einen Hut habe. Ich muss irgendeinen Geheimgang eigentlich öffnen. Da steht auch rechts an der Kamera. Oh, schon spät. Hört auch ein Video aus. Was ist denn eine Antenne? Tschüss! Tschüss!